So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact und es ist ein rosiger Morgen. Ach, dieser Kura-Blütenfall, der Himmel ist strahlend und wir machen wieder jede Menge Dailys. Und bevor ihr fragt, es wird kein Spaß. Warum? Ganz einfach. Die Musik ist jetzt noch schön, gleich wird sie nicht mehr schön sein. Wir müssen nämlich zum fucking Eisberg. Really? Die Dailys sind alle auf dem Eisberg verteilt. Ja gut, außer einer, die ist da hinten irgendwo. Ja, wobei, die ist ja auch nicht ganz beim Eisberg. Ach, ich hasse den Eisberg. Es gibt kein Gebiet, was nerviger ist als dieser verfickte Eisberg. Und ich darf das sagen, es ist nur ein Eisberg. Den kann man beleidigen. Alles kein Problem. Na, mach ich erst das hier. Komm. Leck mich doch am Arsch, Alter. Bzwangig. Bzwangig. Geh gaga gaga. Keine Ahnung, was ich gerade ge... Die Musik, Alter. Ja gut, es könnte schlimmer sein. Du, 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 du. und eine Übertragung, was ist jetzt hier uneinnehmbar? Ach, klasse. Auch das ist noch. Ah, great. oh der war ziemlich gut hey ihr macht hier nichts ich kann die fähigkeit nicht machen jetzt gibt es aufs maul alter für den dicken hier das gibt aufs maul ww zu denn hier der rosalia macht sich fertig junge gut das war jetzt tatsächlich nicht so schwer das ging jetzt tatsächlich sogar war jetzt nicht so schlimm ja aber warum jetzt noch eine folge genshin kommt ganz einfach ich habe ja ein kleines voting gemacht wenn ihr noch mehr sehen wollt dann was erreicht dein ziel gutes hätte ich jetzt vorher wissen müssen als ob ich nur bis dahin als ob ich nur bis da drüben hin muss wollt ihr mich verarschen ne geht es bestimmt noch weiter oder so ja mach mal gleich noch mal auf jeden fall einfach nur zur erklärung warum jetzt noch eine folge genshin kommt und so weil ich habe ja wie gesagt ein kleines voting gemacht also entweder sollten die leute das hat in den kommentaren schreiben oder halt anhand der likes oder halt auf discord habe ich auch noch eine umfrage gemacht und es wurde sich halt gewünscht genshin soll dabei sein deswegen habe ich jetzt das mit dem upload immer so gemacht also die videos kommen ja immer montag donnerstag und samstag und deswegen ist es jetzt so genshin ist jetzt in abwechslung mit hongkai das heißt immer mal ein part genshin mal ein part hongkai mal ein part genshin so ist es jetzt damit alle was davon haben aber macht doch eigentlich auch spaß ist doch eigentlich auch cool jetzt muss ich nur warten bis das hier abgelaufen ist ach ich kann auch einfach das abbrechen schön schön dass ich das jetzt mit krieg ok noch mal bedürger bisher habe ich wurde zu dem wange ich muss es wirklich was oder was nie im leben kann vielleicht nicht sein das bringt natürlich nicht viel weil die jetzt eis sind das ist natürlich saudum was ich gerade mache das saudum was ich gerade mache aber ich kann ja eigentlich nur da ich muss ja weiter oder ich weiß ja nicht gesagt nicht mal ruhig hin muss wenn ich ehrlich sein soll wenn ich endlich sein soll ich weiß gar nicht wo ich hin muss wo muss ich hin ich sehe auch überhaupt keine markierung will ich überhaupt noch richtig ich bin jetzt gerade gar nichts mehr kann ich natürlich nicht klettern bin ich auch noch gleich tot ich bin jetzt gerade echt verwirrt wo muss ich hin was ist das für ein scheiß ich verstehe gerade den sinn dieser aufgabe nicht ein ja ist mir egal ob ich weiß nicht wo ich hin muss leute weil die mich verarschen ich weiß doch gar nicht wo ich hin muss weil man sieht es auch einfach gar nicht wo man hin muss was dann was da der sinn jetzt davon wenn ich muss darüber ich muss die typen kaputt schlagen okay gut das habe ich verstanden und weiter ich weiß überhaupt nicht wo ich hin muss ohne scheiß jetzt so mir echt leid gerade aber so jetzt bin ich hier macht die gegner blatt okay habe ich verstanden jetzt aber wo muss ich denn jetzt lang jetzt mal ganz ehrlich wo muss ich denn jetzt lang ich habe halt auch ich habe noch nirgendwo eine markierung oder irgendwas das ist das was mich gerade wurmt ich habe keine markierung ich schätze jetzt einfach ich gehe jetzt einfach irgendwo lang ich habe keine ahnung leute jetzt einfach irgendwo lang was soll ich denn machen muss wahrscheinlich irgendwie hoch oder keine ahnung was mir geht gar nicht auf erst auf den sack leute verpisst euch einfach ha 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 du loser was halt überhaupt nicht ob das richtig ist oder so aber ich weiß nicht mal wo ich hin muss wo muss ich denn hin mir wird es hat auch überhaupt nicht angezeigt wo ich hin muss das ist das problem gerade ich verstehe gerade die aufgabe nicht es tut mir echt leid ich bin gerade also entweder bin ich jetzt gerade wirklich behindert im kopf oder keine ahnung wo muss ich denn hin ich habe auch überhaupt keine markierung oder irgendwas was ist das für eine scheiße wollte mich gerade triggern oder was soll das was das für eine scheiß aufgabe ich meine da habe ich jetzt die erste markierung okay das ist mir klar aber wo muss ich hin wo ist das ziel also da ist jetzt das erste ziel das habe ich jetzt verstanden super also das ist das erste ziel okay das habe ich jetzt verstanden auch wo ist das zweite ziel dann da muss ja dann irgendwo zu sehen sein oder ich verstehe ich verstehe den sinn gerade genau so aus und scheiße greife ich noch einmal an oder du ja ich hatte einfach dreimal mit aber jetzt mal einfach wo muss ich ja jetzt bin ich hier was ach da unten jetzt sehe ich das erst ich hätte schon gleich nach diesem lilanen gucken sondern vielleicht natürlich wieder super schlau ja jetzt jetzt genau jetzt natürlich nicht angreifen na klar klar alter immer wenn ich konnte greifen es einfach nicht an super schlaue kai genau wahrscheinlich man kennt wo wo jetzt sind da unten okay habe ich halt vorher gar nicht ich hasse das und ich bin gleich tot wirklich jetzt wo lang jetzt da unten muss leider warten ja glatt machen wir haben es aber ich habe ich habe eben echt es gedacht wo muss ich denn hin bis ich jetzt rausgefunden habe okay das wird ja angezeigt hier mit der lilanen dinge ich habe da gar nicht darauf geachtet ehrlich gesagt die wirst du auch manchmal einfach gar nicht das ist problem die sie manchmal auch einfach nicht oder zumindest minimal diesmal sieht man die achtet ja kein mensch drauf wenn du gerade am erfrieren bist weil ich dieses gebiet so unglaublich hasse was das für eine tosse ich gehe mir nicht auf den sack so riese riese also riesig bist du auch nicht digga so riesig bist du nicht kein grund dass du riese heißt riese der wald prise quatsch mich nicht voll schnauze alter gibt mir eine scheiß aufgabe gibt mir dein geld gibt mir dein ganzes hahaha platziere an der ersten stelle was wohin ja was ist die aufgabe gar nichts oder was toll serie an der ersten stelle ja an der ersten wo ist diese erste stelle hallo schön dass mir das auch mal angezeigt wird echt schön dass mir das jetzt auch mal angezeigt wird vielleicht also manchmal denke ich mir auch bei dem spiel so ein bisschen dass wir mich triggern das hat uns doch noch so eine kack aufgabe naja was ist das für eine aufgabe überhaupt jetzt natürlich wo ich keinen bogen schützen aber ja leck mich pick dich oh ja Boah, der Typ geht mir gerade auf den Sack. Puppet Gate, Puppet Gate, Puppet Gate, Puppet Gate. Hat auch noch einen anderen Text. Oh, und diese Kamera wieder. Diese Kamera wieder. Digga, es ist zum Kotzen. Ich kämpfe teilweise wirklich mehr gegen die Kamera, als gegen die ganzen Gegner. Wenn die Kamera einmal vernünftig wäre. Oh, also ganz ehrlich, wann kriegen die das mal hin? Ich verstehe das nicht. Das war bei Genshin damals genau schon... Äh, bei Honkai war das damals genau schon so mit der Kamera, dass du nur Probleme gehabt hast. Mittlerweile haben sie es ja bei Honkai echt gut hingekriegt mit der Kamera. Aber Mihojo hat einfach echt Probleme, was Kameraeinstellungen angeht. Die haben einfach echt Probleme damit. Und sei es jetzt ein anderes Entwicklerteam oder nicht, ist mir scheißegal, aber... Das ändert nichts an der Tatsache. Mit Kameraeinstellungen haben die einfach Probleme. Das ist einfach wirklich so. Ach, geh mir doch nicht auf. Ich bin gleich schon wieder tot, weil ich ja am Aprieren bin. schon wieder. Really? Willst du mich jetzt gerade verarschen, oder was? Willst du mich jetzt gerade verarschen? Wollt ihr mich jetzt gerade... Was soll ich da reinlegen? Was ist das überhaupt? Wie kann ich denn gucken, was das ist überhaupt? Hallo, Kiste, Reaktion, irgendwas. Darf ich jetzt vielleicht mal wissen, was soll ich denn da überhaupt reinlegen? Wie kann ich mir denn das angucken? Hallo? Kann ich irgendwie rüber switchen? Ich weiß nicht mehr, was ich da reinlegen soll. Was ist denn das überhaupt? Ja, geil, ich muss irgendwas reinlegen und ich kann mir nicht angucken, was das ist, oder was? Geil. Super, und wie soll ich die Mission damit jetzt lösen? Warum ist Genshin so ein produzierter Müll einfach nur? Ey, jetzt mal ernsthaft, Leute. Was sind denn das für Scheißaufgaben? Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht mir überhaupt keinen Sinn, Digga. Was? Das ist... Aber hat er gerade gesagt, das... Das escalated quickly? Digga, ihr greift mich doch an, ihr Asis. Was wollt ihr denn von mir? Ja, Alter. Jetzt einfach überhaupt keinen Schaden macht. Lull. Na klar. Ja, und der hat wieder Angst. Hallo? Würdest du... Würdest du vielleicht mal... Jetzt sind wir ja so eine Feiglinge, na klar. Bin ich auch noch gleich mal ersticken hier. Wie ich einfach non-damage mache. Ich muss was halt so machen. Ja. Na, wer macht jetzt hier keinen Damage, ne? Hätte ich gedacht, du kleiner Pissatuch. Ja, kann doch anders, Alter. Arschloch. Blöder Wichser. Aber das mit dieser Notfallration ist echt lächerlich. Das ist echt lächerlich. Wieso lebt der noch? Alter, vor allem kann der mal aufhören, so komisch auf dem Zelt rumzuklippen, Alter. Oder rumzubuggen, besser gesagt. Du scheiß Bagger. Scheiß Bug-User. Oh, wirklich? Really? Und gegen den ist jetzt nichts effektiv, oder was? Wirklich? Ja, wunderbar. Alter, kann der mal aufhören zu cheaten? Bleib doch mal stehen, du Hurensohn. Ja, er weiß, dass er verliert. Er weiß, dass er keine Chance hat. Deswegen haut er jetzt ab, die ganze Zeit. Boah, diese Kamera. Wieso kann man denn die Kamera nicht ausrichten? Meine Güte, das ist so zum Kotzen. Also, diese Kamera, es ist grauenvoll. Es ist grauenhaft. Wie er einfach die Fähigkeit nicht aktiviert. Alles klar. Aber eine momentanische Destruction. Aber es ist halt wirklich Müll, Alter. Ich weiß halt echt nicht, was ich da reinlegen soll. Und es wird mir einfach nicht gesagt, was das ist. Ich sehe ein Bild und soll anhand dieses Bild erkennen, was das ist, oder was? So ein Müll, ey. Steht da irgendwas? Oder mal gucken, was? Wenn du etwas benötigst, kannst du dich hier an Materialien bedienen. Ja, kann ich gar nicht. Ich muss hier irgendwas reinlegen. Ich weiß halt nicht, was das sein soll. Ich kann mir auch überhaupt nicht angucken, was das sein soll. Schinken. Ah, jetzt stand da wenigstens mal, was das ist. Super. Dann kriege ich jetzt ein Schinken her? Gar nicht, oder was? Geil. Wo soll ich denn den jetzt herkriegen? Oh, Alter. Dieses Spiel ist einfach so ein Müll manchmal. Es tut mir wirklich leid. Ey, es tut mir so leid einfach. Ganz ehrlich. Oh, die Fresse werde ich ja holen, so ein Schreibt mir jetzt. Ey, Alter. Ach, stimmt ja. Ich kann ja nichts. Ich muss ja an der Kochstelle dafür. Oh, großartig. Schnauze. Illusion shattered. Was? Have a little day? Oh. Ja, verpiss dich. Genau. Schlau. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwo erstmal Schinken kochen oder irgendwas und ich brauche jetzt erstmal eine Kochstelle dafür. Wunderschön. Kann ich das hier machen? Nein. Wahrscheinlich nicht. Tschüss. Geh baden. Ja, wunderbar. Muss ich dafür also erstmal eine Kochstelle finden, wenn ich das richtig sehe? Und die kann jetzt am Arsch der Welt sein. Wunderbar. Also das... Was ist das für eine scheiß Daily Mission? Was ist das für eine scheiß Daily? Ich mach jetzt erstmal die andere Mission. Was ist das für ein Müll, Alter? Alter, das fängt ja super an. Allein die Dailies. Eigentlich wollte ich heute noch was anderes machen, aber... Ich glaube, das können wir heute vergessen, weil alleine diese Daily schon so lange dauert. Das ist natürlich jetzt echt schade, aber... Gut. Dann geht's halt nicht anders. Wir werden halt gezwungen, was anderes zu machen. Ist der irgendwie dumm, oder? Digga, bist du dahinter? Digga. Wie wär's jetzt, auf den da oben zu zielen? Oh, das ist so ein Dreckspiel. Ziel doch auf den da oben. Hallo. Du wirst von Pfeilen bombardiert mal da oben so... Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt ist natürlich kein Problem mehr. Das ist natürlich wunderbar. Wie hat der mich jetzt getroffen, bitte? Ach so, der hat diesen... Na, okay, okay. Schon klar. Aber manchmal... Es ist halt so blöd, auch mit dem Zielsetzen. Du kannst halt einfach nicht Gegner anvisieren, richtig. Hier, guck mal, zum Beispiel den da oben. Ja gut, jetzt treffe ich ihn, weil er sonst kein Gegner da ist. Aber normalerweise, du kannst ihn nicht anvisieren, oder so. Das ist so dumm gemacht, einfach. Bam, so. Türbe. Na ja, macht total Sinn. Huck, 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 huck. Bin der irre, zicke Schlitzer. So, easy. Kein Problem. Huck, 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 huck. Was willst du hier? Regen, oh, sehr gut. Wer hatte die Idee, hier Regen zu casten? Das war sehr schlau. Das war natürlich sehr schlau für mich. Komm, mach noch mehr Regen. Mach ruhig noch mehr Regen, kein Problem. Kann ich sehr gut gebrauchen jetzt. Das hilft mir nämlich sehr gut gerade. Siehst du, schon ist er tot. Na, ist er tot? Wir sind tot, ne? Ach, süßer kleiner Fratz. So einfach kann man den umgehen. Und ich habe gerade mein Schwert erst gezogen. Na gut. Oh, warum ist es hier auf einmal so dunkel? Oh, okay. Ach, sag, what the fuck, Allah. So, Kleinholz. So, jetzt müssen wir leider eine Kochstelle finden, weil ich muss ja diesen Scheißdreck da machen. Was halt super unnötig ist. Wahrscheinlich. Ich kann mir halt echt nur vorstellen, dass ich die Scheiße irgendwie kochen muss. Aus rohem Fleisch oder was weiß ich. Keine Ahnung, wie ich Schinken herkriege. Ich habe doch keine Ahnung davon. Aber dass sowas on the daily ist, ist echt lächerlich. Vor allem, das ist die erste Stelle, ey. Erste. Ich sage nichts dazu. Ich finde jetzt erstmal eine Kochstelle, ne? Super, ey. Es ist... Ach. Wo soll ich denn jetzt hier eine Kochstelle finden? Vor allem, ich sage mal hier. Hier müsste eigentlich eine sein. Ach, schlimm. Ist hier nicht irgendwo so ein Lager oder was? Nicht blöd. Ah, da doch. Okay. Nein, absolut nicht. So, wie kann ich mir jetzt diesen Schinken machen? Kann ich den überhaupt irgendwie machen? Ja. Einfach so viel wie geht. Scheiß bei Hund drauf. Beim Schinken, toller Vorrat. Ich muss jetzt einfach vier Minuten warten. Das ist dein Ernst? Das ist dein Ernst? Ich muss jetzt vier Minuten warten. Was? Ah, geil, Alter. Ich breche ins Essen. Aber ich glaube, ich muss nicht da stehen bleiben. Oh, Mann, ey. Ja, vier Minuten kriegen wir irgendwie hin, oder? Natürlich jetzt blöd, aber... Ja, guck mal, das ist noch ein Pilz. Gehen wir noch ein bisschen spazieren. Kein Problem. Mit der halbennackten Dame. Na du, wie geht's? Hallo. Bin die Neue. Was geht? Ey, du. Ich bin jetzt lustig, wie die sich immer so angucken dann. Das finde ich immer witzig irgendwie. Ja, ja. Aber ich finde es auch lustig, wenn man... Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das hinkriege. Wenn man so... Wenn man so stehen bleibt, wie sich dann das Bein anwinkelt. Das finde ich geil. Also quasi, wenn man jetzt auf einer Treppe steht oder so und das eine Bein ist höher als das andere oder so, wie sich dann das Bein so anwinkelt. Ich finde, das ist ein richtig geiles Detail. Oh. Ich weiß... Aber ich glaube, das ist bei Honkai mittlerweile auch sogar. Naja gut, Honkai ist sowieso besser. Oh, Bro, Alter. Dass das überhaupt eine Zubereitungszeit hat, das ist... Oh, Digger. Wetter Spasti hat sich das ausgedacht, dass das überhaupt Zeit in Anspruch nimmt. Das ist doch komplett dunkel. Warte mal. Blödes, ich habe jetzt keinen Bogenschutz. Ach, egal. Einfach rein. Einfach rein, Yalan. Na gut. Vielleicht auch nicht. Ach, Mann. Na gut. Wie einfach die Arme vor sich nimmt, Lul. Sag mal, habe ich nicht eigentlich letztens ein Level gekriegt oder so? Würde mich jetzt mal interessieren. Stimmt, dann kann ich mir ja das erstmal abholen, solange. Aber ich kriege wieder so ein... So ein... Leck mich doch am Arsch. Sei es halt nicht. Es soll nicht sein, dass ich sage. Gut, dann sei es halt nicht. Ist irgendwas für den Hauptcharakter. Apropos Hauptcharakter. Müsse ich den mittlerweile auch wieder leveln können? Ich glaube sogar ja. Aufstieg? Tatsache, ja. Ich meine, den Hauptcharakter, den nutze ich sowieso gar nicht, weil der eigentlich so schlecht ist. Ich komme mit denen überhaupt nicht klar. Da hilft es auch nicht, wenn er andere Fähigkeiten hat oder so. Der ist einfach... Naja. So, drei Minuten müssen wir ja langsam mal vorbei sein, ne? Boah, ich lasse das einfach da brutzeln. Und jetzt komme ich wieder. Es ist nichts da, ey. Lache ich mich so kaputt, Alter. Ach, dann schieße ich die Daily wirklich zum Mond, ey. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, eine ganz andere Sache machen. Ich dachte, die Dailies würden hundertmal schneller gehen, aber das ist natürlich jetzt echt dumm. Das ist jetzt wirklich unfassbar dumm. Ach, ich kann's gleich, Alter. Wirklich jetzt. Ey, es ist doch zum Breschen gerade. Es ist doch zum Breschen da. Hui. Kann springen. Kann ich eigentlich auch so einen Supersprung machen? Nö, kann sie nicht. Manche Charaktere können nämlich so einen Supersprung machen, wenn man sprintet und dann, dann können die voll weit springen irgendwie. Ja, genau. Sie kann das. Sie kann, sie springt dann ein bisschen weiter irgendwie. Aber das muss man timen irgendwie. Das können auch nicht alle Charaktere. Ist mir schon aufgefallen. Aber manche können das richtig krass. Die springen dann... Oh, ja, sie gerade. Aber manchmal... Das geht auch nicht immer. Die springen dann so mega weit irgendwie. Aber das muss man irgendwie voll timen, ey. Aber manchmal geht's halt. Naja, jetzt ging's gerade so ein bisschen. Aber manchmal ist es halt richtig geil. Und man kann's halt einfach so springen damit. Naja, jetzt hat's definitiv nicht geklappt. Naja, ist jetzt auch egal. Krieg ich jetzt mal einen Scheiß endlich? Sieben Sekunden, ach ich kotze jetzt essen, Alter. Das ist ja, ey. Dass man da halt wirklich einfach noch vier Minuten warten muss. Was ist das für ein... Das ist gerade wirklich dein Ernst. Oh no 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 no. Oh no no. Ey, ganz ehrlich. Also, da fällt mir nix mehr ein. Da fällt mir echt nix mehr ein. Vier Minuten bei einem verfickten Schinken. Ist das euer Ernst? Ich glaube, ich kotze gleich. Wehe, die geben sich jetzt mit dem einen Schinken nicht zufrieden, ey. Dann kotze ich aber richtig, ey. Jetzt kommt bestimmt, dass wir dann noch eine zweite Versorgungsstelle füllen müssen. Wahrscheinlich auch noch mit Schinken. Ey, dann brech ich komplett ab. Also, ganz ehrlich. Was ist das für eine scheiß Daily gerade? So was macht doch... So was macht doch keiner freiwillig. So was macht doch keiner. Also, das ist, glaube ich, eine der behindertsten Dailies, die ich bis jetzt gemacht habe. Das muss ja... Also, so was muss ich ja noch nie machen. Das ist ja komplett dumm. Das ist ja fast so dumm, wie das mit diesem Ballonboot, was man überhaupt nicht kaputt kriegt, ey. Komm, Alter, nimm und stirb, ey. Leck mich am Arsch. Really? Soll das jetzt ein Witz sein? Jetzt ein Scherz. Ey, mir geht gleich einer hoch hier, ey. Ohne Scheiß. Warte mal. Jetzt ganz ehrlich, also... Wenn das jetzt wirklich euer Ernst ist... Bitte lasst das jetzt nicht wieder Schinken sein. Bitte lasst das irgendwas sein, was ich hab. Bitte lasst das jetzt irgendwas sein, was ich schon hab. Schnauze. Also, ganz ehrlich. Tut mir leid. Also, die Dailies mach ich jetzt nicht weiter. Das ist Schwachsinn. Das ist einfach Schwachsinn gerade. Was soll die Scheiße denn? Was ist denn das für eine behinderte Scheiß-Dailies? Das hab ich ja noch nie... Das ist mir ja noch nie untergekommen. Was ist denn das für ein Müll? Wer macht denn das freiwillig? Der muss ja ein komplett dumm im Kopf sein. Der muss ja gar nichts mit seinem Leben anzufangen haben. Der muss ja wirklich... Nee. Gehen wir lieber wieder nach Hause in den guten Palast. Werden wir bloß nie aufgestanden. Ach. Werden wir bloß niemals aufgestanden. Alles so scheiße. Na, du hier. Na? Guckst du hier, dass gut alles in Ordnung ist? Bisschen gut da. Keine Kommotion wird in dem Herz von Tenchukaku toleriert werden. Ja, genau. Genau so. Hier wird's keine Mätzchen geben. Ich geh jetzt nach Hause. Können mich jetzt alle am Arsch lecken. Maki seh davon. Ich kann sowieso nicht kochen. Denn ich bin Shogun-Rein. Shogun-Rein kann nicht kochen. Musste ich auch nicht. Sie wird bekocht. Null. Ich geh jetzt nach Hause. Können mich jetzt alle am Arsch lecken. Montag geht's weiter mit Honkai. Haben wir noch ein bisschen was zu tun gehabt mit dem Event, glaube ich da. Und Donnerstag hoffen wir mal, dass Shogun-Rein ein bisschen mehr Glück hat mit den Dailies. Ach. Ja, sie sieht auch schon aus, als ob sie gleich heult. Ich kann's nachvollziehen. Ich kann's komplett nachvollziehen. Ey, tut mir wirklich leid. Also, ganz ehrlich. So eine Scheiß-Dailie hab ich auch noch nicht gehabt. So. Ich muss jetzt erstmal... Ja, wir gehen jetzt erstmal baden, weißt du was? Wir gehen jetzt erstmal baden. Wir sehen uns am Montag wieder. Ich hab echt keinen Bock mehr, gerade. Das ist so ein Müll gerade. Wie gesagt, abgehauen und reingehauen. Schau, Leute. Wir sehen uns am Montag.